Hallo, Paulinchen. Nein, tut mir leid. Es geht nicht zu Oma. Nein, hier ist eine Grenze. Hier kommt keiner durch. Ja, Viktor, die Grenze bleibt auf. Die Grenze bleibt auf. Die Grenze bleibt auf. Grenze heißt Grenze. Nein heißt nein. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass die Grenze wieder auf ist. Ja, die bleibt auch auf. Hier ist eine Grenze. Hier kommt keiner durch. Okay, ja. Wird erledigt. Herr Eberhardt. Alt. Krank. Notfall. Riesennotfall. Ausnahme. Die Grenze bleibt auf. Die Grenze bleibt auf. Oder Kinder, die Geschichte gehört doch uns allen. Die Grenze bleibt auf. Oder Kinder, die dong tut eine talking quê? the Die Grenze bleibt auf. Oder airlines geht. 買